Jo meine Freunde was geht, herzlich willkommen bei CakeTV Uncut. Wir reagieren heute auf Alpha Kevin, dieser von der Kanal kopiert und faked seit drei Jahren nahezu alles. Reloaded Exposed, wir sind gespannt. Huch, mein Video war kurz davon gesperrt zu werden. Aber keine Sorge Leute, denn das Video wird trotzdem noch ehrenlos, denn ich zeige heute Reloaded's wahres Gesicht. Weil ich leake ihn. Spaß natürlich. Aber es geht darum, dass dieser Kanal Reloaded seit Anbeginn seiner Karriere extrem viel kopiert hat und mit geklauten Ideen über 400.000 Abonnenten generiert hat. Übrigens schreibt man Abonnenten mit Doppel-N und nicht mit Doppel-Abbonniere-N. Wie es in deinem Banner steht. Aber seine vermutlich 5-jährige Fanbase wird er sowieso nicht lesen können, deswegen ist es dem wahrscheinlich egal. Fangen wir jetzt aber mal an mit den geklauten Video-Ideen. Ich denke vielen Leuten ist schon bewusst, aufgrund meiner ganz früheren Videos, dass es sehr, sehr viele Fortnite-Youtuber gab, die immer mal wieder sich inspirieren lassen haben vom amerikanischen Bereich. Und die Inspiration war dann so, dass man teilweise Videos eins zu eins nachgestellt hat. Sei es ein Patrick, der teilweise die erste Videos vom amerikanischen einfach nur übersetzt hat und auf seinem Kanal hochgeladen hat. Oder auch Green Reserve, die einfach nur Video-Ideen von anderen übernommen haben und das dann halt so hochgeladen haben. Und genau so ein Kanal ist Reloaded auch und ich möchte euch das Ganze jetzt mal näher bringen. Denn zufälligerweise habe ich schon vor zwei Jahren ein Video gemacht, bei dem ich aufzeigen konnte, dass seine Thumbnails und auch seine Titel teilweise kopiert sind, beziehungsweise einfach nur übersetzt wurden. Fake. Neuer kostenloser China-Standard-Skin. Fortnite. Original. How to get China-Default. Skin for free. Der auch gleiche Thumbnail, ne? In Season 8 Fortnite Battle Royale. China-Default-Skin. Jetzt wieder der Fake von dem lieben Reloaded. Alle Stufen von Green Skin freischalten. Fortnite. Das Original. How to unlock Green Skin. All Stage K Locations in Fortnite. Dann wieder der Fake von dem lieben Reloaded. Iconic Skin kostenlos bekommen in Fortnite. Das Original. How to get Iconic Skin for free in Fortnite. Fortnite Season 8 Battle Pass. Gelegt. Das Original Season 8 Battle Pass Fortnite Battle Royale. Fake. Dunkler Liebes-Ranger-Skin kostenlos bekommen in Fortnite. Original. New Dark Love Ranger Skin in Fortnite. Keine 8 Minuten. Das ist ja nicht mehr normal. Es geht hier immer noch um ein Spiel. So, jetzt könnte man ja glatt meinen, dass er nach meiner Kritik, die ich da geübt habe und nach unzähligen Videos von anderen YouTubern, die ihn da drauf hinkritisiert haben, wie auch ein Instant Play, dass er jetzt daraus gelernt hat und dass er seinen Content entweder umgestellt hat oder auch eigenen Content produziert hat. Doch, falsch gedacht. Denn nach zwei Jahren habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut und habe auch die heutigen Videos mit anderen YouTubern verglichen und irgendwie bin ich aufs gleiche Ergebnis gekommen. Ich zeige euch jetzt aber gleich mal, wie er das heute noch übernimmt. Und ihr seht dann auch, dass er dieses jeweilige übernommene Video immer einen Tag nach dem originalen Video hochlädt. 18 kostenlose Items vor Fortnite 2022 kam einfach einen Tag nach dem Video von Apples. Das letzte geheime Geschenk im Winterfest kam ebenso einen Tag nach dem Video von Apples. Das letzte Geschenk ist jetzt verfügbar. Kam wieder einen Tag nach dem Video von Apples. Und 1000 V-Bucks Geschenk ist jetzt verfügbar. Das kam aber diesmal einen Tag nach dem Video von Friendly Machen. Und wenn man jetzt genau hingeschaut hat, hat man erkannt, dass nicht nur die Titel fast genau übernommen worden sind, sondern auch die Thumbnails. Das Einzige, was aber reloaded darin ändert, das ist immerhin die Schrift. Denn dort klatscht da einfach die deutsche Schrift über die englische Schrift. Also da muss man wirklich einfach sagen, extrem innovativ, wirklich. Also du machst... Ja, wenigstens einer, der sich auch wirklich Mühe gibt, weißt du, der sagt, ey, komm, wir machen jetzt hier von... Das originalen Content. Und du bist wahrscheinlich auch der beste Hecht im Karpfenteich. Du Kett, Digga. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann sieht man, dass er das originale Thumbnail immer ganz leicht bearbeitet hat und dann als sein eigenes Thumbnail verkauft. Krasse Aufwand, muss man schon ehrlich sagen. Es gibt kaum YouTuber, die sich so wenig Mühe geben für ihren eigenen Content. Respekt auf jeden Fall. Damit ihr aber jetzt gleich erkennen könnt, wie gleich der Content mit anderen YouTubern ist, denen zeige ich mal, wie hart er eigentlich diese Videos übernimmt. Und ich meine, damals gab es ja schon so einen kleinen Skandal, als Petrit Videos 1 zu 1 übersetzt hat und das dann als sein eigenes Werk verkauft hat. Gibt es Petrit eigentlich noch? Hat er noch seinen komischen Minecraft-Kinderkanal? Und damit ihr seht, wie er das gemacht hat, zeige ich euch mal ein Beispiel. Die erste Mechanik, High Ground, das ist ziemlich obvious. Das bedeutet, ihr müsst über eure Gegend sein, wenn ihr sie kämpft. Natürlich ist es wichtig, in dem Spiel High Ground sein. Mechanik Nummer 2, Kontrollen die Engagement. Das bedeutet, dass ihr das Tempo des Kampfes, ihr wollt das Pace, bei dem es geht. Die zweite Sache, das Spiel kontrollieren. Ihr müsst, das hört sich jetzt gerade so schwammig an, aber es ist wichtig, die Kampfgeschwindigkeit von einem Fight einfach, ihr müsst die kontrollieren. Die Gegner dürfen nicht euch kontrollieren, sondern ihr müsst die Geschwindigkeit kontrollieren. Schwammig an, aber es ist wichtig, die Kampfgeschwindigkeit von einem Fight einfach, ihr müsst die kontrollieren. Die Gegner dürfen nicht euch kontrollieren, sondern ihr müsst die Geschwindigkeit kontrollieren. Also ihr merkt schon, dass er genau die Worte von diesem englischen YouTuber einfach ins Deutsch übersetzt hat und dass er sein eigenes Werk verkauft hat. Sollte man natürlich eigentlich nicht machen. Und komisch war... Ja, vor allem, ich meine, das Ding ist, also ich meine, selbst da hätte er einfach trotzdem sich Mühe geben können. Er kann ja die Punkte selbst übernehmen, aber warum muss man das Ganze eins zu eins übersetzen? Also er hätte sich ja auch eigene Wörter ausdenken können. Das Video haben wir schon gesehen. Ich check sowas nicht, egal, keine Ahnung. ...dass er damals keine Credits an die originalen Content Creator gegeben hat und dadurch hat er das Ganze dann die Runde gemacht und er wurde immer mehr und immer mehr Hops genommen von dem einen oder anderen YouTuber. Und ratet jetzt einfach mal, wie das jetzt bei Reloaded aussieht. Richtig, es sieht einfach nicht anders aus. Es ist zwar nicht alles Wort für Wort genauso übersetzt, aber ich würde schon sagen, man erkennt da leichte Parallelen zu Petrits Videos. So the first reward we're going to be talking about are all of the brand new Spider-Man Skins coming out very soon. Und auf Platz Nummer 15 meiner Liste habe ich brandneue Spider-Man Skins. Starting off with Green Goblin, Miles Morales, we will be seeing a Mary Jane Skin. Bald wird es noch mehr Spider-Man Skins geben, wie zum Beispiel Green Goblin und Mary Jane. And we then have a brand new Seven Skin called The Origin. He will be coming out very, very soon as he was actually seen in a brand new Skinsurvey. Und als nächstes auf Platz Nummer 14 möchte ich euch einen neuen Skin der Sieben zeigen. Schaut ihn euch im Hintergrund gerne mal an. Aber irgendwie erinnert er mich ein bisschen an das Fundament. The next one are going to be all of the Foundation Rewards. Als nächstes möchte ich über die Fundament-Belohnungen sprechen. For our next three rewards are going to be the brand new Crew-Pack-Rewards. Platz Nummer 12 habe ich die neuen Crew-Pack-Belohnungen. We then have all of the brand new FNCS-Rewards. Auf Platz Nummer 10 habe ich die neuen FNCS-Belohnungen. So make sure you guys are watching FNCS over on Twitch to redeem all of these rewards and link your Epic Games with your Twitch-Account to get them onto your account. Das heißt, ihr geht auf Twitch rüber, loggt euch dort ein, registriert euren Epic-Account mit eurem Twitch-Account und schaut dann bei einem Content-Creator, der sozusagen dafür registriert ist, das FNCS-Turnier euch an. And we then have all of the brand new Winterfest-Skins. Platz Nummer 9 möchte ich noch kurz über die Winterfest-Skins sprechen. You guys can claim both of the Winterfest-Skins right now. Und die beiden Winterfest-Skins sollten nämlich jetzt freischaltbar sein. Juhu, Digga, die wir nicht haben, die ist ja krank. Ich habe sogar die richtige Banane. Chris-Abel ist one of the sickest Winterfest-Skins. Ich finde, das zieht sich irgendwie gerade so ein bisschen in dem Video, ne? Also ja, wir haben es kapiert. Wir haben es klaut. Und ich muss wirklich sagen, dass diese... Hey, Phil hat das auch jetzt gerade genau jetzt reingeschrieben, Digga, aber wir sind einfach Brüder, du musst jetzt dein Twitch-Primes ab hier lassen. Die besten Winterfest-Skins sind, die wir jemals erhalten haben. Ja, okay, Und er kann das beinahe noch besser. Also ich will das jetzt nicht als direktes Clown darstellen, weil wenn ich das jetzt als Fakt darstelle, dann würden die mich definitiv anzeigen, beziehungsweise würden mich Reloaded anzeigen. Ich meine, der hängt mit Leuten von Marine Reserve zusammen. Zumindest haben die den gleichen E-Mail-Anbieter und ich kann mir gut vorstellen, dass die zwei Kanäle schon... Naja, gut, Audienzli ist ja nur die Agentur, ne? ...irgendwie gepartnert sind und die hatten mich damals bei jeder Scheiße anzeigen wollen. Dennoch haben das in meinen Augen weiterhin die größten Keks bleiben, die in ihrem Leben einfach nichts gerissen haben. Aber nice, macht ruhig weiter so. Aber weiter zu den teils übernommenen Inhalten von Reloaded. Es wirkt nämlich schon so, als würde er den Titel, den Inhalt und auch das Thumbnail von anderen englischsprachigen YouTubern übernehmen und das dann als sein eigenes Werk verkaufen. Und komisch ist halt auch, dass dieser Reloaded einfach auch keine Credits gibt bei den YouTubern, von denen er eigentlich auch diese ganzen Ideen hat. Also ich weiß nicht, ob er darauf jetzt so stolz ist, aber ich persönlich wäre als YouTuber abgefuckt, wenn jemand meine Ideen ständig eins zu eins, zumindest teilweise eins zu eins übernimmt, um dann davon zu profitieren und viel Geld zu machen beziehungsweise auch viel Reichweite zu machen. Und vor allem macht er monatlich über eine Million Aufrufe. Ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich geldtechnisch über 6.000 Euro im Monat, zumindest jetzt im Dezember, gemacht hat und das Ganze nur auf den Nacken von anderen YouTubern, die eigenen Content produziert haben. Wirklich, also großen Respekt. Da muss man einfach sagen... Ja, ich finde auch da, weiß ich nicht, selbst dann könnte man auch einfach das in die Beschreibung schreiben oder so, ey, das Video ist nur eine Übersetzung. Ich meine, selbst das wäre halt irgendwie besser gewesen. Da könnte man es ja vielleicht sogar verstehen und sagen, na gut, naja, man will ja die Information auch in den deutschsprachigen Raum geben. Also man könnte es zumindest so hinstellen, als wenn das das Ziel wäre. So, aber dieses komplette Klauen und so weiter, eins zu eins übernehmen. Ich weiß immer nicht, warum Leute so unkreativ sind. Das ist ja auch nicht schwierig, da sein eigenes Ding zu machen. Selbst bei Fortnite, selbst wenn du eine Information drüber bringst, kannst du es ja immer noch alleine machen, sage ich mal. Also, ich meine, ich mache ja die Cake News, TJ macht die Wochenschau, Alpha Kevin macht seine Alpha Lüse so. Da klaut ja auch keiner vom anderen. Selbst wenn man die gleichen Themen hat, macht man das ja trotzdem noch so auf seine Art. Also ich habe noch nie in den Kommentaren gelesen, das Thema ist aber von TJ geklaut, weil man das einfach anders rüberbringt als die. So wisst ihr, was ich meine. Aber wenn das halt eins zu eins übernimmt, so, das ist schon lächerlich. Du hast alles erreicht. Alpha Lüse, habe ich Analyse gesagt? By the way, kleine Info am Rande. Damals hatte er die Videos immer genau auf 10 Minuten gestreckt, damit er halt mehr Werbung schalten kann. Heutzutage brauchst du ja nur noch 8 Minuten. Und dem hat er sich angepasst und hat er nur noch 8 Minuten Videos rausgehauen, zumindest fast nur noch. 8 Minuten 1 jedes Video, ey. Der hat Spaß an den Videos, das zu machen. 8 Minuten Videos rausgehauen. Denn bei seinen letzten 24 Videos hat er allein 20 Videos, die fast exakt 8 Minuten gehen. Das musst du auch erstmal schaffen. Also das ist gar nicht gestreckt. Ich gehe davon aus, es ist alles mit Inhalt gefüllt. Also da merkt man schon vom Optischen, dass es ihm hierbei extrem um die Leidenschaft geht und gar nicht um Geld geht. Also das würde ich mir niemals anmaßen. Gehen wir jetzt aber mal weg vom Optischen und betrachten uns jetzt einfach mal seinen wunderbaren Inhalt. Denn der ist einfach atemberaubend. Auf einem ganz... TJ hat mir vorgeworfen, dass ich bei ihm kopiert habe beim Simon-Destel-Video richtig. Aber ich meine so, dass die Zuschauer in die Kommentare geschrieben haben. Ey, das Thema ist aber von dem und dem. Anderen Level. Passt auf. Bei Reloaded läuft das teilweise so ab, dass er einfach Videos macht, die voller Vermutungen sind und null faktisch sind. Im Titel stellt er aber trotzdem immer die ganzen Dinge als Fakt da und verarscht dann sozusagen seine Zuschauer mit irreführendem Clickbait. Und dazu habe ich vor einem halben Jahr ebenfalls schon mal was gesagt. Übrigens könnte jetzt der Eindruck entstehen bei dieser Titelwahl, dass es ab sofort kostenlose Belohnungen bei Fortnite gibt. Doch ich muss euch leider enttäuschen. Falsch gedacht. Denn dieses Superhirn, das haut nämlich nur Spekulationen raus. Leute, lasst uns jetzt mal über die kostenlosen Belohnungen sprechen. Und anscheinend wird es bald einen Sommerglibber geben. Vor allem, wie er die Wörter betont. So richtig übertrieben. Hey Leute, bald gibt es kostenlose Skins in Fortnite. ...Kontest herausfinden und ich denke, viele Spieler werden sich darüber freuen. Denn der Glibber-Skin ist echt sehr beliebt in der Fortnite-Community. Wie der Sommerglibber aussehen wird, wissen wir leider noch nicht. Aber... Ja, was ist das für ein geiler Skin? Ich muss ohnehin mehr Fortnite spielen, Mann. Meine Güte. Ich werde euch jetzt einmal ein Konzept einblenden, wie er ungefähr aussehen wird. Versucht, dankeschön, nachzudenken. Nice, Bro. By the way, sind diese Videos mit diesen kostenlosen Belohnungen auch oftmals kompletter Schwachsinn. Denn um kostenlose V-Bucks zu bekommen, muss man sich erst mal ein Bundle kaufen. Und was hat das bitte mit kostenlos zu tun, wenn du etwas bezahlen musst? Ja, aber man kriegt es ja kostenlos dazu, hallo? Wenn du V-Bucks bekommst, wo ist das kostenlos, Bruder? Oh nein, ich rede jetzt hier kein verwirrtes Zeug, macht euch einfach ein eigenes Bild. Das Beste an diesem Bundle ist jedoch, dass es auch 1500 V-Bucks enthält. Die V-Bucks werdet ihr bekommen, indem ihr Herausforderungen des Bundles abschließt. Jawohl, ja! Geil, Mann! Das Bundle hat übrigens 12 Euro kostet, weshalb es nicht geschenkt oder gratis war. Lass uns jetzt aber mal über das V-Bucks Geschenk sprechen. Und für dieses Geschenk benötigt ihr das Deep Freeze Bundle. Und der Trick hierbei ist, dass ihr das Deep Freeze Bundle ein zweites Mal im Playstation Store kaufen müsst. Und dadurch bekommt ihr dann einfach 3000 V-Bucks. Ihr bekommt also 3000 V-Bucks für 10 Euro und das ist echt mega günstig. Also macht ihr 1500 V-Bucks Profit. Und das ist doch schon wirklich krass. Junge, ich bekomme gleich Aggressionen. Das ist wirklich krass. Also ihr müsst euch erst etwas kaufen, damit ihr 1500 V-Bucks gratis bekommt. Das ist doch schon ein Widerspruch in Sicht. Du musst erst mal Geld ausgeben. Und wenn du dann noch Sachen abschließen musst, dann musst du ja auch noch Missionen machen. Dann ist es ja immer noch nicht kostenlos. Also nicht nur, dass du Geld ausgeben musst, sondern du musst dann auch noch diese Missionen abschließen. Gratis zu bekommen, das ist doch Käse. Also das Ding ist, es ist halt faktisch nicht gratis, wenn du Geld dafür ausgeben musst. Ja, du machst 1500 Profit, aber du bekommst da nichts gratis. Und dazu hast du vor allem einfach dann zweimal so ein gleiches Bundle. Und was bringt dir bitte dann das zweite gleiche Bundle? Kann mich da jemand aufklären? Vielleicht weiß jemand von euch Bescheid. Also in meinen Augen ist das einfach nur Geldmacherei und hat nichts wirklich mit einer Belohnung zu tun, dass man jetzt 1500 V-Bucks geschenkt bekommt, so wie er das in seinen Titel sagt. Aber das Problem ist einfach, dass eine Kinder-Community vermutlich nicht checkt, dass es hierbei nur darum geht, dass sie Geld sprich, dass man 1500 V-Bucks gratis bekommt und erst bei Minute 6 das Video so richtig beginnt. Davor redet er halt die ganze Zeit sinnloses Zeug, was gar nichts mit dem Video zu tun hat. Also perfekt toller Inhalt. Wirklich eine Minute Inhalt gebracht von einem 8-Minuten-Video. Muss man erstmal schaffen. Nachdem er uns aber jetzt diese unfassbar wertvollen Tipps gegeben hat und mit seiner unfassbar gestellten männlichen Stimme nochmal gezeigt hat, wie toll denn Fortnite ist, ist er auch ein absoluter... Digga, einfach Kevin, bitte mach mit der Stimme ein Video, man das würde ich ja fühlen. Maschallah, wirklich ist mir gut aufgefallen. Denn er verschenkt jeden Tag seinen Zuschauern einfach so irgendwelche Items aus dem Fortnite-Item-Shop. Jeden Tag verschenke ich übrigens richtig viele Skins an meine tollen Abonnenten. Und falls auch du beschenkt werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal jetzt sofort und kommentiere deinen Epic Games-Namen in die Kommentare. Das ist ja ein ganz witziger, wir reden danach ein Schaden. Gut, er zeigt uns übrigens fast nie, dass er irgendwas verschenkt, aber wird schon so sein. Ne Quelle, vertrau mir, Bruder, wird schon bei ihm hinhauen. Also ich hab zumindest noch keinen gesehen, der... Ey, hat er der Katze gerade an den Schwanz gefasst? Jetzt wirklich irgendwie die dort Vibax abgesahnt hat beziehungsweise ein Item bekommen hat. Also vielleicht könnte er ja mal auflösen, wer mal was gewonnen hat. Aber vielleicht macht er das ja auch wirklich im Geheimen. Ich möchte ihm da jetzt nichts unterstellen und er ist vielleicht ein absoluter Ehrenmann. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass er mehrmals in seinen Videos betont, dass man doch seinen Creator-Code eingeben soll, damit er 10.000 Creator-Supporter hat? Nein? Dann wird's auf jeden Fall Zeit. Hier, damit ihr euch das auch mal antun müsst, hier ein Zusammenschnitt. Übrigens, Leute, ich bin kurz vor den 10.000 Supportern und sobald ich die 10.000 erreicht habe, werde ich meine Haare bunt färben. Wenn ihr das nicht verpasst... Man kennt ihn doch gar nicht, oder? Weiß man, wie er aussieht? Dann tragt einfach nur meine... Ah, man weiß, wie er aussieht anscheinend, oder was? Ach, nehm. Er hat das extra so gemacht. Ja, okay, also man weiß nicht, wie er aussieht. Creator-Code, Reloaded-Army, bei euch im Itemshop ein. Und übrigens, Leute, ich bin kurz vor den 10.000 Supportern und sobald ich die 10.000 erreicht habe, werde ich meine Haare bunt färben. Übrigens, Leute, ich die 10.000 erreicht habe... Ja, doch, hä? Ist er das? Bei einfach, Kevin meinte am Anfang, ich leag ihn, deswegen dachte ich, man weiß gar nicht, wie der aussieht, aber anscheinend ja doch. Der sieht ein bisschen aus wie einer aus meiner alten Klasse, Digga. Meine Haare bunt färben. Und übrigens, Leute, ich bin... ...bunt... ...wieder... ...und dann wieder... ...unterschied... Übrigens, Leute, ich bin kurz vor den 10.000 Supportern und sobald... Er hat übrigens seine Haare immer noch nicht bunt gefärbt. Ich will das nicht mehr, wirklich. Aber krass, wie lange er einfach kurz vor den 10.000 Creator-Supportern wahrscheinlich nicht geschafft hat, weil dann hat er scheinbar irgendwann die Hoffnung aufgegeben. Aber er weiß, vielleicht hat er ja jetzt auch geflunkert und wollte eigentlich bloß die Leute animieren, seinen Creator-Supporter-Code einzugeben. Also, was soll ich zu Reloaded jetzt abschließend sagen? Dieser YouTuber ist in meinen Augen ein Paradebeispiel von diesen ekelhaft dreckigen Fortnite-Kanälen, die ihren Content nur auf Ideen von anderen aufbauen. Und das finde ich einfach sehr schputzt. Ich meine, von mir aus kann man sich mal inspirieren lassen. Von mir aus kann man auch mal die ein oder andere Idee mal irgendwo mit einfließen lassen und dann ist auch alles schön und gut. Aber bei ihm ist es schon auffällig, dass er extrem viele Videos zum Beispiel von dem YouTuber Apples übernimmt. Da sich Reloaded jetzt aber auch schon seit drei Jahren Kritik immer noch nicht gebessert hat, sich immer noch nicht dazu beäußert hat. Ja gut, ich denke mal, er bessert sich halt einfach nicht, weil er da keinen Sinn drin sieht. Also ich meine, er macht ja trotzdem seine Aufrufe. Wenn er in einem Monat eine Million Aufrufe macht, kann man jetzt schwierig sagen, wie viel er da kriegt. Wie gesagt, 6.000 kann schon gut sein, vielleicht 10.000 oder so, je nachdem, wie krass die CPM ist. Und das ist natürlich gutes Geld. Das will man sich natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Also ich verstehe es aber auch nicht, weil man könnte halt auch eigenen Content machen. Das würde wahrscheinlich halt auch mehr Personalität in den Kanal bringen und würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass der halt dann besser läuft auch früher oder später. Und kein bisschen abgeändert hat, denke ich mal, dass ihm das ja auch scheißegal sein wird. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu Fortnite steht. Findet ihr, Fortnite ist ein nice Spiel oder sagt ihr, Fortnite ist Schmutz geworden oder sagt ihr, Fortnite war schon immer Schmutz. Schreibt das gerne mal rein, würde mich mal interessieren. Und vor allem lasst auch gerne ein Abo da auf meinem zweiten Kanal, Inkev. Dort kommt fast jeden Tag ein Reaction-Video online. Es lohnt sich definitiv. Der Kanal geht momentan richtig ab. Wir sind kurz vor den 20.000 Abos. Wäre nice, wenn da jeder noch mit rüberkommt. Ja, ich fand das Video an sich ganz gut. Würde aber trotzdem sagen, dass ja, also es ist halt schon gut, das so zu zeigen. Das zeigt halt schon sehr, dass er das sehr oft macht, aber es hat sich sehr gezogen, finde ich. Also einige Sachen wurden jetzt irgendwie tausendmal gezeigt. Das war so. Naja, aber sonst gutes Video kann man sich auf jeden Fall geben.